Sattelö, moin moin und herzlich willkommen wieder in der neuen schlägen entspannten ruhigen Folge 7 Days to Die am Morgen des Tages 44. Wir haben unten Besuch, wie man schon hört, ja, aber wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen zusammenpacken. Und zwar habe ich den Stahl schon mitgenommen. So, wir hatten hier glaube ich noch irgendwo Beton. Hier ist nichts mehr drin. Wir brauchen, ja, Bergbau. Hier ist auch noch was drin. Den nehmen wir jetzt mit. Wir nehmen die nicht vorhandenen Pflastersteine mit. 147, ich glaube, da hatte ich noch welche gemacht, oder? Müssen wir einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Da ist noch Benzin drin. Hier sind unsere 16 Elektrozaumpfosten drin. Die sind wichtig, die brauchen wir jetzt gleich. Na, 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 na. Blade Traps, wir hatten auch noch Blade Traps. Dass wir schon mal die andere Seite jetzt ordentlich herrichten können. Die Frage ist jetzt, wo hatte ich die Blade Traps hin? Bei der Elektro, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei. Jawohl. So, das heißt, wir haben Klingenfallen. Wir haben Elektrozaunpfosten. Joa, sehr gut. Und wir brauchen natürlich noch so ein Klemmwerkzeug hier, um die Dinger anzuklemmen gleich. Dass du da mal siehst, wie das aussieht. Aussieht, ja? So. Waffen, Munition, brauchen wir nix hier. Eine Sekunde, bitte. Kurz Näschen putzen, ne? So muss das sein. Ähm, ba-dam-bam-bam. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, wir machen mal gerade selber noch ein paar. Wir müssen unbedingt hier, ne? Unbedingt müssen wir... Neun Lehm holen. Sehr gut. Dann kann hier nämlich der Bergbau wieder weg. So, das kann da hin. Das kann da rein. Holz haben wir mehr als genug hier mit 5000. Wir haben den Stahl. Wir haben die Elektrozaunpfosten. Drahtwerkzeug haben wir. Klingenfalle haben wir. Okay. So, dann gehen wir nochmal los. Wir werden wahrscheinlich sowieso nochmal zurückkommen müssen, weil ich wieder irgendwas vergessen habe. Du bist jetzt mal ruhig. Wie sieht es hier aus? Uh, die sind auch alle fertig. Das heißt, wir können gleich wieder... Und da! Und dafür jetzt die ganze Aufregung. Weißt du? Dafür die ganze Aufregung, ne? Tausend Schaden an der Tür. Ich glaube, es hackt. Unglaublich, ey. So. Nochmal Turbolader testen hier. Sehr gut. Wir wollten auch noch eine Quest machen, ne? Müssen wir gucken, ob wir die heute hinkriegen. Die da hat man wieder alles über den Haufen geworfen. Jetzt doch so rum. So, wie viel haben wir noch? 20. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nochmal runter. Als erstes könnten wir gerade die Bladetraps dahin setzen. Und dass die auch hier auf der Seite sind. Genau. Guck. Dann kommt nämlich hier noch einer hin. Hier kommt noch einer hin. Und guck, wir brauchen noch drei... Da kommt einer hin. Wir brauchen noch drei Klappen. Auf jeden Fall. Wir könnten eigentlich mal gerade zumachen. Was das endlich Tutti, Kompletti, aufgewertet ist hier. Und alles, was kaputt ist, so ein bisschen reparieren. Ah, ist 9999 von 10.000. Ja, nee, ist klar. Okay. Was mir gerade einfällt. Wir könnten mal gucken, ob wir unsere Türe hinten noch aufwärten könnten. Das habe ich wieder total vergessen. Da gießt der Ede ja gerne. Die mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jawohl. So. Wieso machen wir das jetzt am besten? Erstmal brauchen wir die hier. Der ist noch fleißig dran da. Das heißt, erstmal müssen die stehen. Bloß nicht hier so. Das wollen wir nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh. Okay. Neun. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch zwei machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Super. Okay, haben wir schon vergessen. Machen wir auf. Kommen wir da noch dran so. Ich glaube, ja. Es ist nur mal wieder nicht kaputt, ne? Wie sieht es aus? Könnten wir reparieren. Könnten wir reparieren. Von hier hinter. Kommen wir dran. Wunderbar. Weil das ist das Problem. Man darf natürlich dann nicht hier stehen in den Kabeln. Dann wird man selber gebrutzelt, ne? Also. So. Gucken wir mal. Wenn wir das jetzt aufmachen hier. Wenn ich jetzt sage, von hier aus. Hin. Oh ne, warte. Das geht wieder nicht. Wir müssen das ja andersrum machen. Ich muss von hier aus. Hier ran, ne? Und dann kann ich von ihm aus. Jetzt müssen wir gucken, ob das reicht von der Länge her. Hier sollte das eigentlich noch reichen. Oder? Wenn ich mich hier rein stelle. Äh. Reicht das jetzt echt nicht? Och, bitte nicht. Bitte nicht. Warum? Warum? Wieso reicht das nicht von der Länge? Das ist natürlich doof. Hat im Stream auch gereicht. Wahrscheinlich haben wir wieder einen breiter gebaut oder so. Und jetzt geht es nicht mehr. Weil es zu lang ist. Das kann sein. Okay. Dann hat sich das Ganze eh erledigt. Dann gehen wir die zwei nochmal bauen. Und hier die. Und schauen. Ähm. Moment. 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 Müssen wir ja auch noch weitermachen, ne? Was wollte ich sagen? Genau. Und schauen, wie wir das hinkriegen. Dann müssen wir das wirklich über Relais regeln. Die wir oben drüber verlegen, ne? Sollte eigentlich klappen, wenn wir das da verlegen. Weil da spuckt keiner hin. Da sollten die Geier eigentlich auch nichts machen. Weil die immer vorne bei uns sind. Gucken wir mal. Sehr clever, das auf Stahl aufzuwerten, Ede. Sehr clever. Äh. Ah, komm. Das ärgert mich jetzt schon wieder. Was habe ich denn da getan? Hier noch. Da noch. Hier. Dort. Dort. Die Seite müsste eigentlich ziemlich egal sein. Wenn, dann hauen sie hier rum. Hier vorne muss ja auch noch, ne? So. Aber, okay. Man sieht's ja, ne? Dann treten halt Probleme auf. Da müssen wir noch ein paar Relais bauen, da. Die kleinen. Können wir nicht noch welche haben. Mal gucken. Aber wie wär's, wenn wir erstmal hier alles zumachen? Entgültig alles zu ist. Und ich hoffe, dass jetzt nichts mehr dahinter glitscht irgendwie. Und da rumhaut. Das ist echt kurios. Ich weiß nicht, warum. Warum die immer dahinter glitschen. Keiner weiß das. So. Das war der Stahl. Schon wieder alles vorbei. Ich habe hier noch irgendwas zu reparieren. Ah, Alter. Wir brauchen echt definitiv mehr Stahl. Definitiv. Definitiv. So. Sehr schön. Hier können wir nochmal reparieren. Ein bisschen. Ja, auch. Überall, wo es so kaputt ist. Sind wir doch ganz schön gewütet hier unten. Sieht man schön. Beton ist okay. Aber ist dann auch nicht mehr das Gelbe vom Ei, ne? So, was haben wir denn jetzt noch übrig? Ja, er ist noch fleißig Pflastersteine am machen. 792 Beton. Das ist auch nicht mehr viel. Da müssen wir auch noch was machen. Die kannst du mir mal hier runtergeben. Fahren wir wieder zurück. Dann können wir nämlich gucken, ob wir unsere Tür da aufwerten können. Und müssen halt den Rest noch bauen. So. Das heißt, wir brauchen einiges an Relais. Weiß ich natürlich auch nicht. Stahl brauchen wir dafür. Okay. Wir haben keinen Stahl. Das müssen wir jetzt auch machen. Also. Heute haben wir überall was zu tun. Überall. So. Hier könnten wir schon mal wieder Stahl machen. Jawohl. Jawohl. Und jawohl. Sehr gut. Weiter. Eisen ist auch am durchbrennen. So. Wo war das bei Elektriktrik, ne? Mutz und Lesestoff. Werkzeug gefallen. Ne. Wissenschaft. Dribank. Wenn dann bitte einen Generator hier. Den müssen wir auch noch machen. Schreibt mir gerade einen. Für die Klingenfallen auf der anderen Seite, ne? So. Da ist die Klingenfalle. Das ist Riegelichtbirne. Brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Äh. Ja. Lieferkabel. Also wir brauchen Eisen, elektrische Teile und so weiter und so fort. Das heißt. Gib mir mal hier alles. 126. Gib mir mal die. Und gib mir mal die. So. Wie sieht's aus? Schalter? Nein. Wir bräuchten einen Generator noch. Wir brauchen noch zwei Elektrozaumpfosten. Und wir brauchen... Wie viel können wir machen? 52? Ne. Mach mal. Mach mal 20. Er weiß, wie wir das machen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Währenddessen können wir hier noch ein paar Frames machen. Bitte keine 2000. 250 reichen danach. Und das kann wieder weg. Wir gehen jetzt mal, während das alles fertig wird, hier hin. Und hauen ein wenig auf unseren Kartoffeln und Pilzen rum. Wie viel haben wir eigentlich noch? Jetzt habe ich hier natürlich wieder nichts. Das heißt, wir müssen gleich eh noch hoch. So. Noch haben wir hier leider nichts zu essen. Weil wir halt noch die Pilze brauchen. Unsere Kartoffeln mit Steak. So. Immer schön weg, das Zeug. Mal gucken, wie viele Samen wir da jetzt rauskriegen. 200 Kartoffeln. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Der Kartoffelkönig ist back. 21 brauchen wir. Okay. Rezept. Kartoffeln, Saat und zwar 21. Bitteschön. Heißt, 126 Kartoffeln übrig. Krass. Pilze müssen wir natürlich auch noch machen. So. Sehr gut. Dafür müssen wir aber hoch. Der braucht wieder... ...Lehm. So, der war hier. Dann gib mal her. Aus den Pilzen hier können wir Rezepte machen. Und zwar Maximum sieben Stück. Wunderbar. Dann kann das wieder weg. Bitteschön. Essen. So, Essen. Wo sind die Kartoffeln? Wir haben überhaupt keine Kartoffeln. Doch, haben wir. Da und da. Schon 150... 158 Kartoffeln. Das ist gut. 250, 500... 625 Fleisch. Einziges, was fehlt. Pilze. Kannst mir aber hier noch einen geben. Dann können wir nämlich nochmal einen Samen machen. 1, 2. Wunderbar. Rezepte. Pilzsporen. Bitteschön. So. Sehr schön. Der Kartoffelkönig. Das ist... Das ist ein wunderbarer Name für die Folge. Das ist gut. So, wir sind bei 35. Dann mach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das Ganze... Können wir lang... Hallo. Bitte pflanzen. Eieieiei. So. Wunderbärchen. Passt wie die Faust aufs Auge. Die sind fertig. Hier haben wir jetzt 11 Stück von 35, die wir wollen. Fehlt auch nicht mehr so viel. Kriegen wir dann bald hin. Hier brauchen wir noch 1, 2, 3 Farmingplots. Die mach ich dann mal irgendwann nebenher. So. Der hier hin. Das ist eigentlich die nächste... 42 war... 49 ist wieder, ne? 49. Tag 49. Das muss weg. Die Frage, lassen wir das? Oder machen wir irgendwas anderes hier auf die Kanten? Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also das hier werden wir, glaube ich, niemals im Leben komplett auf Stahl aufgewertet kriegen. So. Okay. Entschuldigung für den Frosch im Hals. Sitzt immer noch. Wie man merkt. Schlimm hier. Immer diese Frösche. So, haben wir noch ein bisschen hier. Gib mal her. Gib mal her. Das ist jetzt eigentlich Verschwendung. Aber ich will jetzt mal gucken, wie weit wir da diese Stahltür aufwerten können. Das interessiert mich. So. Müsste ja eigentlich wieder dreimal sein, ne? Kugel wir mal. Okay. Zweimal. Dann hat sie 21.000. 21.000 hört sich schon besser an als 7.000, ne? Jo. Definitiv. So, die hier hat 2.500. Braucht auch Eisen. Und kein, äh, Dingens, Brümsküchens, ne? Das ist fertig. Wir haben jetzt nicht alle Relais dabei hier, sondern nur, äh, wo sind sie? Gar keine? Oder habe ich wieder Tomaten auf den Augen? Nö. Sieht so aus. Wir haben gar keine dabei, ne? Hab ich... Ich hab die doch eingepackt, oder? Hab ich sie wieder drin gelassen oben? Dieser Typ, ey. Dieser Typ. Ich hab sie wieder drin gelassen. Natürlich. So, neun Stück sollten ja erstmal reichen. Dann können wir nämlich auch nochmal gucken, ob wir das mit den Leitern da hinten so hinkriegen, ohne dass wir jetzt noch Relais aufs Dach machen müssen. Wenn wir sie drauf machen müssen, dann müssen wir sie drauf machen. Wir müssen hier eh noch gerade das Dach fertig machen, da dann. So. Gehen wir mal hin. Gehen wir mal was ganz oben. Alter, regnet das bei mir hier. Krass. Das ist krass. So. Hier muss das noch zugemacht werden. Hier sollte ja das Dach drauf, ne? Genau. Wenn es gar nicht geht, dann machen wir das halt hier übers Dach mit Relais. Ich denke mal, wenn hier hinten so ein Relais drauf ist in der Mitte oder so, dann sollte da keiner rangehen, ja? Wenn da doch wer rangeht, dann bauen wir es halt ein. Was soll's? Mit einer Klappe. So. Machen wir mal Licht aus, dass es nicht ganz so hell ist hier. Schön abgetrennt hier. Das lassen wir so offen, ja? Damit auch die Geier hier rankommen. Übrigens, es wurde gefragt, ob man hier an die Wände auch Blade Traps machen kann. Ja, kann man, ne? Die Frage ist halt nur, warum sollte ich hier links und rechts Blade Traps neben machen? Man könnte die vielleicht hier hinhängen, dass wenn hier vorne wer steht, geschnetzelt wird, ja? Aber da kommen so wenige hin. Ich persönlich finde das, äh, muss man nicht unbedingt, wer das unbedingt möchte, kann das natürlich machen, ne? Das ist dann wieder freie Gestaltung hier. Jetzt müssen wir da hin und da hin. Genau, die haben wir schon wieder vergessen. Ich hasse es. Jetzt müssen wir mal gerade gucken mit den Leitern, ob wir da so hinkommen. Ah, hier, ne? So, testen wir mal, ob das hier vorne geht. Oder ob das auch zu weit ist. Wenn das auch zu weit ist hier, dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele wir hier dran machen können. Ups. Wer hier hin? Wer hier hin? Ah, geht's oder ist es zu weit? Nein, ist zu weit. Also müssen wir einen, ähm, müssen wir einen Relais machen. Das ist wunderbar. Dann machen wir nämlich folgendes. Pass auf. Warte, wir setzen erstmal die Leiter. Die haben wir ja hier. Eins, zwei, drei, vier. Passt. So, jetzt gibst du mir die Relais. Mein Freund. Ups. Aber dann habe ich die nicht miteinander verbunden. Das geht ja gar nicht, ne? Fällt mir gerade ein. So oft habe ich Elektrik noch nie benutzt, muss ich sagen. Die müssen ja miteinander kommen, ne? Ich möchte mal wissen, ja, wir machen das jetzt nicht, aber da siehst du, wie es geht, ne? Mit Debugmenu DM machen wir das an. Wir testen das jetzt einfach mal. So, wenn ich jetzt Q drücke, für alle, die es nicht wissen, ja, zack, habe ich den Gottmodus an. Das heißt, ich bin unverwundbar und kann fliegen, auch durch Wände, ja? Ich will jetzt einfach mal gucken, ob das so gehen würde, ja? Ob das nur zu lang ist, weil ich so weit laufe, oder ob das wirklich einfach zu lang ist. Es ist wirklich zu lang. Das ist doof. Das ist mehr als doof. Okay. Hm. Manchmal kann man das austricksen, wenn man hier so steht. Geht das dann? Mal gucken. Dann würde es gehen, dann verbindet er es. Okay. Alles klar. Dann müssen wir uns Behelfsbrücken bauen. So, machen wir das mal wieder alles aus hier, ja? Also so würde das gehen. Aua. So, dann brauchen wir gerade... Unsere Freunde hier. Machen wir das nämlich so. Ist ja nur zum... Können wir dann wieder wegmachen. So. Sehr gut. Da hin. Hier hin. Machen wir hier noch einen hin. Wie gesagt, die können wir ja wieder wegmachen, ne? Also du siehst, man muss schon ein bisschen... Ne? So. Sehr schön. Einzigste Doofe ist jetzt natürlich, dass wieder Essen und Trinken voll ist. Weißt du was? Da machen wir uns Ausgleich. Ist zwar schade, aber tschüss, Penner, Eintopf. So. Zu trinken haben wir sowieso nichts dabei. Vernichten wir dafür als Ausgleich vier Penner, Eintopf. So. Mach das Ding mal auf hier. Mach das mal auf. Die stehen ja jetzt alle, ne? Jetzt müssten wir die ja verbinden können. Müssen aber trotzdem nochmal rein. Weil wir die ja alle nicht angeschlossen haben. Das ist auch so tricky hier. Das muss der Reihe nach angeschlossen werden, ne? Also wenn ich jetzt, äh... Den Pfeiler hier... Mit da hinten verbinde und dann den Strom dran mache, dann ist die Verbindung wieder weg. Ne? Alles ein bisschen meh. Aber... So ist es halt. So. Dann gebt mir die nochmal. Wir müssen ja jetzt wieder rein, um das da hinten anzuschließen. Na, dass es hier schneller geht. Mach ich das jetzt mal hier. So. Also hier ist einer. Ich weiß gar nicht, wie viel können wir da anschließen? Können wir da ohne Ende anschließen? Oder ist er irgendwann auch voll? Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob der eine Mindestanzahl oder Maximalanzahl hat. Oder ob ich hier so viel anschließen kann, wie ich will. Der müsste ja dann eigentlich voll... Ne? Überladen. Und so. Und so. Und so. Die sehen zwar scheiße aus hier, diese Kabel. Das kann man viel, viel schöner verstecken, ne? Maximale Anzahl. Okay, alles klar. Wissen wir das. Aber von hier dürfen wir, ne? Echt? Gut, dann müssen wir hier noch einen neuen hinmachen. Daneben so. So. Wie kann ich den ja wieder wegmachen hier? Ähm... G? So. So würde das gehen, ne? Ihn jetzt hier hin. Ihn jetzt hier hin. So, das heißt, die Kollegen hier sind alle angeschlossen. Ne? Der da rüber, die hier rüber. Sollte passen. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir auch Glück und es kommt eine Wanderhorde oder so. Das wäre ganz praktisch. Jetzt aufpassen. Nicht runterfallen. So, das heißt, Nummer eins ist angeschlossen. Das ist der hier, ne? Jo. Nummer zwei. Gucken wir mal. Dass wir den hier rankriegen. Wer dann hier? Macht er. Wunderbar. Ah! Das Schöne ist, die gehen einfach durch die Wände. So, jetzt Nummer drei. Sieht aus mit den Kabeln, ey. Das sieht aus. Aber okay. Es wird es. Jetzt müssen wir hier natürlich aufpassen, weil du da nicht mehr durchgucken kannst. Nummer drei. Sollte gerade sein, ne? Hoffen wir es. So, jetzt Nummer... Nummer vier. Eins, zwei, drei. Da ist Nummer vier. Hier geht das natürlich besser, weil noch keine Knappen drin sind. So. Ich sehe es schon kommen. Gleich liege ich unten. Nummer fünf. So. In hier. Bitteschön. Also man muss sich ein bisschen zu helfen wissen, ne? Wie du siehst hier. Und gleich können wir den ganzen Käse wieder abbauen. Das muss ich sagen, ist echt schön an den, ähm, an den Holzblöcken hier. Dass man die so hinsetzen und wieder abnehmen kann, ohne dass irgendwas kaputt geht. Okay, das ist zu weit. Aber so müsste es gehen, ne? Jo. Sehr gut. So, wer fehlt jetzt noch? Hier drei Stück, ne? Dankeschön. So. Ein hier. Eins. Zwei. Habe ich? Ja, habe ich. Okay. Ran hier. Und der letzte noch ganz vorne. Wow, aufpassen. So. Sehr schön. Heißt, uns fehlen jetzt nur noch unsere, äh, drei Türen hier drin. Unsere drei Klappen. Damit wir auch hier die Blade Traps reparieren können. Das Ganze ist angeschlossen. Funktioniert. Wir kriegen es auch easy peasy wieder repariert nach der Horde. Eigentlich sollten die hier keine, äh, Elektropfosten kaputt machen. Aber man weiß ja nie bei denen, ne? So, machen wir mal wieder alles weg hier. So, machen wir mal wieder alles weg hier. Schön verkabelt. Wie gesagt, schön sieht das nicht aus, aber es ist sehr effektiv. So, kann man natürlich noch viel schöner bauen, indem man das ganze Ding hier massiver macht und dann überall noch Kabelkanäle verlegt, wo das alles drin langläuft und so, dass man gar nichts mehr sieht, ne? Dass immer nur so ein kleines Stückl aus der Decke kommt, direkt hier dran oder so, ne? Geht alles. Geht alles. Aber wir haben es jetzt mal in der einfach-billig-Variante gemacht. So, dass man das ratz-die-fatz-die reparieren kann und es nicht zu viel kostet, ja? Da kann man noch reparieren. Das ist alles ganz. Hier müssen wir natürlich auch noch weitermachen. Sehr gut. Was sagt die Decke? Hier könnten wir noch ein bisschen Holz und, ähm, Dingens machen. Weil die sind mir zu schnell kaputt. Jetzt wäre mal so eine Wanderhorde oder so ganz gut. Dann könnte man das nämlich testen. Aber ich glaube, das will das Spiel heute nicht, irgendwie. So. Sehr schön. Gefällt mir. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Super. Und ich muss immer und immer wieder betonen, Level 114. Nein, das nicht. Ich muss immer und immer wieder betonen, dass ich mich mega jetzt auf die Warzog freue, die wir dann zusammen spielen werden. Haha. Richtig schön. So, dahin. Dahin. Die Wand hier, die muss auch noch komplett aus Stahl werden. Wie viel haben wir denn noch? 80. Da kriegst du nicht viel hin. Aber. 40. 60. 80. Wenigstens schon mal etwas. So. Jetzt müssen wir natürlich noch testen. Äh, ja. Genau. Wupp, schwupp. Wir müssen jetzt noch testen. So. Wie viel Strom das Ding verbraucht, ne? Nicht, dass du das hier anschmeißt und er macht. Brrrr, Ende, ne? So, maximale Ausgabe. 100 Watt. Einschalten. Stromquelle. 100 Watt. Läuft alles. Okay, die laufen nicht. Warum? Sind doch alle hierüber angeschlossen, oder? Sollten sie. Sollten sie. Oder habe ich jetzt die verkehrte Seite angeschlossen? Das bringe ich ja auch fertig. Da ist ein Hund. Jo, du mich auch. Zu wenig? Jetzt haben wir natürlich keinen Motor hier, ne? Hm, hm. Hm. Hundehorde, so sah das aus. Okay. Die Seite haben wir auch noch nicht angeschlossen. Okay. Alles klar. Komm, mach aus. Äh, ausschalten. Wir brauchen unsere Relais wieder. So, da muss eins hin. Von da aus müssten wir eigentlich... Ah, wir können von hier aus da hingehen. Okay, passt. So, dann machen wir das hier auf die Ecke. Dann machen wir hier eins hin. Und dann machen wir hier eins in die Mitte. So. Gucken wir mal. Dann müssen wir auf jeden Fall... Das ist nicht mal das hier. Aber das sind alles dieselben. Ich glaube, du musst die nur in eine Richtung anschließen, ne? Sonst verpräziert du einen Kurzschluss. Kurzschluss. So. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Immer schön der Reihe nach. ran. 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 Und... Ran. So. Wäre das. Wir müssen noch ein paar Motoren holen gehen. Sonst haben wir ein Problem. Das wird nicht reichen. Wie war das jetzt? Ich glaube, viere noch, ne? Vier Motoren können wir noch holen. Schauen wir mal. Weil die Hunde waren ja ratzdi-fatzdi weg. Muss man sagen. Einfach nur geschnetzeltes. So. Machen wir auf hier. Ich weiß, es ist noch schwerer. Weil, ne? Aufgewertet und so. Aber so ist es halt. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Dürf ich bitte hier hoch? So. Motoren. Eins, zwei, drei. Vier Stück nehmen wir mal mit, ja? Hier können wir rausnehmen. Wir haben da noch 14. Warum habe ich denn welche gebaut? Boah, dieser Ede. Das ist eine Pfeife, ne? Das ist eine Pfeife, der Typ. Unglaublich. Erschwendet Ressourcen noch und nöcher. Bauen wir mal hier durch. Gib Gummi. Wir müssen aufwerten. So. Ja, ja. Immer diese Elektrik hier. So. Guck mal schön. Hinten gucken. Das andere dauert ja noch, bis es fertig ist, ne? Jo, vier Stück haben reingepasst. Okay. Gibt noch einen Generator gemacht, zur Not. Habe ich jetzt nur drei hier mitgenommen? Ne, da oben ist einer. Ich wollte gerade sagen. Rast dich aber aus, du. So. Stromquelle 0 Watt. 219 Watt. 300 Watt. Jetzt passt es. Kriegen wir also mit einem hin. Beide laufen. Jetzt müsste eigentlich auch, ne? Wenn wir uns hier reinstellen. Man sieht das hier. Jetzt ist er auch blau. Achtung. Elektrik-Trick. Würde Cat Weasel jetzt sagen. Als den noch wer kennt. Kennst du bestimmt, oder? Kennst du bestimmt. Da dürfte kein Geier durchkommen. Also. Wunderbar. Klappt. Dann können wir auch hier gerade den Generator für Notfall reinschmeißen. Sehr gut. Nicht damit. Ich hätte gerne den hier. So. Also. Das freut mir. Das freut mir. Blade Traps stehen. Strom steht. Das bisschen müssen wir jetzt noch aufwerten. Und dann können wir uns Tag 49 heute angucken. Aber. Generell. Siehst du. So ist die Basis fertig. Ja. Horden Base fertig. Muss jetzt natürlich nur noch alles auf Beton und Stahl aufgewertet werden. Aber das kann ich immer so nebenher machen. Ja. Das brauchen wir jetzt nicht mehr sehen. Wir wissen wie man Klick-Klick macht. Ne. Und. Ja. Also. Du siehst. Hier funktioniert sie einwandfrei. Ich hoffe bei dir auch. Wenn es dir gefallen hat. Lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer. Ciao. Mit V. Ich sag wie immer. Ich sag wie immer. Ich sag wie immer. Ich sag wie immer. Vielen Dank.